Da sind schon wieder zwei neue Bücher drin. Drei neue Bücher. Aber es ist ja gut, um da im Werkhof zu lösen, oder? Zu zweit geht es ja. Geht es noch weiter runter, oder was? Das ist ja led mit der Haarmarsch. Also. So. 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 Na ja, gut dacht Steine. Ich bin da hinten, wo die letzten Spinner sind, da bin ich auch mal verreckt, weil da bin ich nicht gekommen. Da habe ich immer wieder von vorne anfangen dürfen. Na ja, das ist ein Mist. Dann hat der Elf überlebt. Zu den Waffen, Clan Tumnosch, zeigen wir diesem Elfen, was wir von seiner Dwemer Armee halten. Beruhigt euch. Ich bringe ein Geschenk. Diese Konstrukte können in eurem Steinbruch arbeiten und das große Arsenium neu errichten. Verdammter Elf, ich sollte euch auf der Stelle töten. Was habe ich gesagt? Bitte, mein Freund, bringt sie zur Vernunft. Er hat die Hälfte meiner Arbeiter auf dem Gewissen. Der Graustein Steinbruch gehört Clan Tumnosch. Clan? Mit Orkschweiß und Orkmuskeln. Wir würden uns selbst und unsere Ahnen entehren, wenn wir uns zurücklehnen und die Maschinen unsere ganze Arbeit machen lassen würden. Er spricht für sich, dass ausgerechnet ein Elf einen derart beschämenden und feigen Plan Sie sind von beträchtlichem Wert und wir wären imstande unsere Quoten zu erfüllen. Mann, all wieder was, was schmeiß ich jetzt noch raus. Den da. So, Dankeschön. 16.000 Punkte hat das jetzt gebracht. Jetzt habe ich den Scheißer weg. Ach, da ist er ja. Soll ich dir noch irgendwo helfen? Ja, weil sonst haue ich nämlich jetzt ab. Dann bin ich raus für heute. Dann hören wir uns morgen. Also dann, schönen Abend noch. Servus. Ja. Novia. Novia. beschämde Vielen Dank.